guten tag meine lieben leute ich wünsche euch einen super schicken day und wir gucken mal gerade ich sehe mich gerade hier sind gerade leute die angegriffen werden wollen ja ok ok gucken wir mal ich muss dazu sagen es ist einfach nur total geil mit den bowlern sie sind nur auf level 1 aber es ist richtig geiler scheiß auf jeden fall wir gucken mal von wo wir eventuell sogar noch ach ich hau hier mal einfach so ein bisschen earthquake rein und dann hauen wir hier mal die bowler rein und wir nehmen auch schnell die heiler und wir nehmen natürlich auch die cb mit also die bowler die die rocken schon auf jeden fall sind richtig richtig nice also es macht richtig laune gucken wir mal was er hier ja ich sehe gerade einen drago hat er dabei ich glaube der der war ein bisschen fail gedroppt mein mein gift spell aber gut ich denke sollte passen ich denke mal das sollten wir ohne probleme mitnehmen aber mal sowas von ohne probleme was würden wir in der mitte angegriffen ich bestimmte valkyre bestimmte valkyre läuft mit dem bowler läuft echt richtig nice also ich kann mir gut vorstellen dass wenn man da noch ein bisschen mehr dran feilt natürlich dass das auch wirklich bei mir im cw ganz 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 gut laufen sollte ich meine wie gesagt die base war jetzt nichts klar aber das ist schon echt richtig geiler shit und muss irgendwann mal natürlich ja gefixt werden weil es halt so eskalativ abgeht also ich sage nur im bereich zum beispiel gnadenlos oder tobias spirit hawk sagt ja genau dasselbe hey jeder cw logischerweise ein three star läuft halt so ihr seht halt wieder beide infernos im bau wo man sich wie kann man das machen ja wie kann man das machen indem man halt einfach das gold hat klar und dann sagt einer hier warum hast du noch nicht warum machst du das und das noch nicht ja weil wie gesagt ich wenn ich halt wirklich komplett die gold lager voll habe dann ist es halt einfach quatsch ja genau ging um den bohrer schrieb einer hier du hast den dritten bohrer noch nicht gebaut richtig vollkommen richtig klar weil ich halt das gold erst mal weg ballern wollte und dann ist das schicko elix auch gerade richtig übel also gut am start sage ich mal und ich bin aber noch da und habe den golem noch im werkeln ist natürlich denn so so jetzt gucken wir mal hier die lauter anfragen hier ich habe ich dachte das wäre ja aber klar logisch ja andere andriano adriano läuft klar du darfst bleiben gerne nee ich dachte das wäre eine anfrage zum hier sind ist treuer kommer bämm junge dat ist natürlich schon trickier als zuvor ich würde gern ich würde gern hier ich würde gern hier so aber ich mache eher hier so weil ich will dass diese mauer mich nicht noch stört weil der inferno ist auf single ganz ehrlich kommt leute nicht lang schnacken kopf in den arsch bämm junge sogar noch den inferno ein bisschen was abgezogen so jetzt habe ich den nachteil ich habe natürlich jetzt kein golem der jetzt wer weiß wie täckeln könnte so schnell hier die heilerchen rein und dann hier noch schön mit bowler nach setzen weil küre sollte passen dass sie durch geht ja genau läuft alter läuft king rein queen rein und jetzt hier auch noch mal gleichen rage ran das hier richtig schön geraget werden kann weil wir müssen natürlich das townhall bekommen und queen ja die vorher die lasse ich mir nicht zerbumsen hier auf keinen fall halt auf keinen fall so jetzt hier king am start komm bitte alter townhall nicht down bekommen auf jeden fall noch mal in angriff machen auf jeden fall weil da hätte auf jeden fall der eine stern hätte mindestens drin sein müssen und der zweite eigentlich auch aber also hier mit dem mit dem earthquake das passt ja das war okay kriege ich mit dem bowler noch was gerissen hier kleinen moment hier shake gönnen komm hier jungen kriegen wir echt noch na ich glaube es aber nicht also so krass viel wird er auch nicht aushalten aber wir sehen wir werden sehen aber jetzt kann ich mich da mal richtig austoben mit den bowlern und testen 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 was das zeug hält ja doch den einen stern kriegen wir noch den einen stern kriegen wir noch der hält halt brutalst viel aus das ist schon ziemlich geil aber schade das townhall hätte auch noch down gehen müssen auf jeden fall also mit dem dass der entfernung geklappt hat das ist schon mal ziemlich gut aber da muss definitiv mehr kommen so schauen wir mal ja der macht hier noch ein paar prozentchen aber das ist jetzt nicht die masse also wir kommen da ran hat er da teslas am start ich habe ein bisschen viele heiler aber das sollte eigentlich auch nicht weiter stören ich bin der meinung da kriegen wir die zwei sachen sogar noch down den kriegen auf jeden ja doch 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 das passt das passt sogar noch das sogar noch 60 prozent rat ja bei mich zack fast ja aber wie gesagt hätte mehr sein müssen also ich will dass die das mit den mit den earthquakes war nice das hat mir gefallen warte mal das müsste so auch gehen ja geiler shit jetzt haben wir natürlich dieses kompartement auch offen und die könnten natürlich woanders hin rennen das ist natürlich eher schade aber hier haben wir auch offen jetzt müssen wir gucken wir haben wir müssen relativ viel reinbringen dass die ich gehe mal ich haue ich spamm mal wieder hier so ein bisschen so der king sollte nicht vorgehen weil der natürlich dann wer weiß wie arg deft genau dann lieber sollen soll der multi inferno sich an den bowlern zu schaffen machen aber nicht am king weil scheiße falsch ja das ist halt wirklich das wäre jetzt der vorteil gewesen wenn ich halt mit dem ipad gespielt hätte dann wäre mir das nicht passiert hätte ich mich da nicht verdrückt auf jeden fall aber so ist es halt fertig hat sich jetzt nicht anders gemacht schnell ragen ja scheiße war nichts mehr zum ragen da kacke ah ärgerlich ärgerlich auf jeden fall ah ja 50 prozent super okay kampf beenden nochmal nochmal ja okay oder was hält halbwegs was aus ich ich setze die valkyren dann setze ich die und jetzt aber gleich ich habe zu viele heiler definitiv ich habe zu viele heiler ähm hier kommen jetzt sehe ich zum ersten mal dass der mit riesen angegriffen hatte beziehungsweise riesen am start hatte kommt die queen magia rein einfach mal wirklich willkürlich gedroppt king kurz ah der jaja klar alter der inferno der ist immer noch die unbekannte alter das ist kranker shit alter ich setze mich da definitiv zu doof hin das ist wird ja mal schlechter der inferno zerfickt mir alles ok truppen wechseln ich mache gleich mal an angriff und zwar ich habe jetzt den den earthquake nicht dabei sollte aber trotzdem passen reicht das für die gucken wir mal ob wir die hier rein bekommen dass die sich halbwegs verteilen naja die laufen sehr weit rum aber ich also ich lerne die kennen ich lerne die kennen und dann sollte das passen hier die magia kurz weg gegiftet gucken wir mal ja jetzt gehen sie rein einwandfrei und jetzt ein rage auf jeden fall droppen jetzt kommt der inferno jetzt muss ich ganz genau aufpassen ob die auf den held gehen oder nicht king ne die gehen auf den bowler jetzt gehen sie aber jetzt geht er auf die queen auf den heiler vollkommen egal ich komme noch nicht so ganz an den an das townhall ran hier fail gedroppt ein bisschen ja fail gedroppt auf jeden fall so jetzt geht ein heiler down jetzt würde er gerne auf die queen gehen passt und jetzt haben jetzt haben was ok passt das ist schön das ist gut da das musste bei der also das ist jetzt nicht hier juhu 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 sondern das musste bei der base definitiv sein dass da ein two star drin ist und wie gesagt ich setze mich jetzt ran und gucke mit der taktik ob das geht schreibt bitte nochmal in die kommentare ey wie sieht es aus das und das weil einer schreibt dann auch ja liest er eh nicht doch lese ich schon und ich beantworte halt nicht alles aber lesen tue ich grundsätzlich alles und bin da auch für jede hilfe sage ich jetzt mal dankbar ah hier sieht man es ja ja hier da ist der unterschied dann doch schon ganz schön krass zwischen dem gemäxten bowler und einem der halt auf level 1 ist klar aber das ist schon ziemlich geil wenn man schon mit so einem level 1er schon so eine townhall 10 base die ja ich sag mal hier ist townhall 9 max aber die inferno ist halt schon relativ nice ja ich würde mal sagen soweit townhall 9 bis auf die mauern und eben halt die inferno 61% damit bin ich zufrieden das passt das ist okay finde ich passt das ist doch nett aber knapp mit dem rathaus nix ist knapp mit dem rathaus nix ist so sieht es nämlich aus ich hoffe die folge hat euch gefallen ich setze mich wie gesagt da noch ran dass das besser klappt auf jeden fall und dann war es das haut mal rein ich wünsche euch was macht's gut ciao ciao